Was ist Dustin? Na, das ist das rot-rot-grüne Schreckgespenst. Das habe ich extra für die NRW-Wahl gebastelt. Aber Guido, damit gewinnen wir in NRW doch noch nicht mal eine Flasche Rüttgers Club. Da müssen richtige Wahlwerbespots eher. Oh ja. NRW, ich komme aus dir. NRW, was mache ich hier? Meine Damen und Herren, mein Versprechen an Sie, alle Steuern werden gesenkt. Ach, was sag ich? Die Steuern werden komplett abgeschafft. Damit endlich zusammenwächst, was zusammengehört. Kölle hinaus! Wählen Sie die CDU und ich Wahlverspreche Ihnen, dass ich dann sofort die BSRD gründe. Die Bundesschlarassenrepublik Deutschland. Dann werden Ihnen von Hartz-IV-Empfängern gebratene Tauben in den Mund fliegen. Bittels auf Erlaub! Hier ist es. Das Blaue vom Himmel. Das verspreche ich Ihnen, wenn Sie uns in NRW wählen. Äh, verdammt. So, wird doch alles guti. Meine Damen und Herren! Oh, ich erschrecke mich. Ich erschrecke mich nicht. Ich erschrecke mich. Nach den Spots brauchen wir uns um das rot-rot-grüne Schreckgespenst wirklich keine Sorgen mehr zu machen. Wird doch alles guti. Oh, ho, 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 ho Untertitelung des ZDF, 2020